Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Pullover. Das High-End-Produkt in unserem Pullover-Test geht an den Bugsboy Pullover. Kapuze mit farblich abgesetztem Tunnelzug, weiche Baumwollmischung, kuschelige Vlies-Innenseite, Kangoo-Tasche, melierte Optik, farblich abgesetzter Frontprint, gerippter und elastischer Abschlussbund sowie Ärmelbündchen. Zeitlos, klassischer Herrenpullover aus hochwertiger und komfortabler Baumwollmischung. Ob zu Hause, auf einer Party oder als Arbeitspullover diese stilsicheren und modischen Sweetshirts dürfen in keinem Kleiderschrank fehlen. Dieser Pulli ist dank seiner qualitativ hochwertigen und weichen Materialqualität super angenehm zu tragen. Dieses Sweetshirt macht bequeme, stilsichere und legere Looks zum Klacks. Ob mit Jeans, Kino oder Jogginghose, dieses Kapuzen-Shirt ist ein unverzichtbares und immer gut kombinierbares Basic für deinen Kleiderschrank. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Blend Pullover. Rundhalskragen, Racklernamel, aufgerollte Säume, Leder-Logo-Patch am vorderen und hinteren Abschlussbund, Melange-Optik, feinmaschig gestrickt. Regular Fit Model ist 1,82 Meter groß und trägt die Größe M. Dieser Pullover ist dank seiner qualitativ hochwertigen und weichen Materialqualität super angenehm zu tragen. Der Strickpulli macht bequeme, stilsichere und legere Looks zum Klacks. Ob mit Jeans, Kino oder Jogginghose. Dieser moderne Herren-Pullover von Blend aus hochwertiger Baumwollmischung ist super angenehm zu tragen. Als cooler Strickpulli in der Freizeit im Casual-Look oder als klassischer Feinstrickpullover im Büro für einen smarten Auftritt im Business. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Pullover-Test ist der Adidas-Pullover. Kängur-O-Tasche für kleine Gegenstände. Kapuze schützt vor Wind und Wetter. Kragenform-Sweezherd. Kurzarm. Verschluss Po-Arn. Obermaterial 70% Baumwolle, 30% Polyester. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.